Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Windows 10 eigentlich Autostartprogramme wie zum Beispiel Spotify, Skype oder auch Discord ganz einfach deaktivieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Hierfür muss ich links unten einmal auf das Windows-Symbol Start draufklicken. Anschließend gehe ich zu meinen Einstellungen, dann auf der linken Seite noch auf Apps gehen und wir können nämlich hier unten auch schon den Reiter Autostart sehen, wo jetzt anschließend alle meine Apps angezeigt werden, die ich einfach für den Autostart aktivieren beziehungsweise auch deaktivieren kann. Diese Liste kann ich übrigens jetzt auch noch zum Beispiel nach Größe sortieren. Ich möchte das Ganze jetzt aber nicht machen, da ich einfach mal das Beispiel mit Skype durchgehen möchte. Im Moment, mein PC wird hochgefahren und Skype startet sich automatisch. Das Ganze möchte ich deaktivieren und hierfür muss ich einfach mal auf diesen Balken draufklicken und das Ganze wird auch schon automatisch gespeichert. Falls eine bestimmte App hier in der Liste jetzt nicht zu finden ist, sollte man auf jeden Fall mal das neueste Windows-Update installieren und den PC auch neu starten. Falls sich dann immer noch nichts tut und hier zum Beispiel jetzt die App Discord nicht zu sehen ist, wie es in meinem Fall ist, dann müssen wir einfach mal bei den persönlichen Einstellungen von diesem Programm auch noch vorbeischauen. Die meisten Programme schauen übrigens relativ ähnlich aus. Dann musst du einfach mal draufgehen. Anschließend die entsprechenden Einstellungen finden. In meinem Fall sind das die Benutzereinstellungen. Anschließend können wir hier unten noch die Windows-Einstellungen nämlich sehen und da gibt es jetzt auch schon wieder den Reiter Discord öffnen. Bedeutet, dass wenn ich hier den Haken rausnehme, dann sollte sich Discord jetzt beim Hochfahren von meinem PC nicht mehr automatisch starten. Und somit haben wir jetzt bei Windows 10 auch schon die Autostartprogramme ganz einfach deaktiviert. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.